Guten Morgen zur Frühstücksbörse hier am 22. Juni 2020 und wie ich sehe hier durchaus auch in Teilen jedenfalls, wiederum die gleichen Teilnehmer zum Teil jedenfalls hier dabei. Johannes, du warst ja eben auch gerade schon im englischen Webinar dabei. Genau, von daher, klasse, freue mich, dass ihr weiterhin einschaltet. Viel Erfolg, logischerweise wie immer in den aktuell schwierigen Handelszeiten. Nicht, dass Märkte generell einfach sind, aber aktuell bewegen sich ja die Märkte, die ja vermeintlich vielleicht so freien Märkte, nicht in freier Wildbahn, sondern im Gegenteil natürlich ganz klar regierungsgesteuert, Zentralbankgesteuert, Liquiditätsgesteuert. Was wir in den letzten Monaten ja gesehen haben hier an den Märkten, spiegelt durchaus interessante Möglichkeiten und Chancen logischerweise wieder. Auf der anderen Seite bleibe ich auch dabei, das Risiko, was die Großen in der Branche eher verringert, in den Märkten gerade eingehen, sollten wir uns als der Kleinanleger entsprechend auch ein Stück weit hier zu Gemüte führen und auch daran denken, dass weniger Risiko ein wenige mehr sein dürfte. In der aktuellen Berichterstattung gerade und das, was ich eben berichtet habe hier, viele meiner Quellen leider nur auf Englisch, aber kann ich natürlich hier leicht zitieren und kurz übersetzen. Und zwar ging es ein Stück weit hier von dem lieben Zero Hedge, die Quelle, die ich gerne nutze, entsprechend, weil sie mittlerweile durchaus auch angesehen ist und weltweit durchaus einen gewissen Zuspruch, allein wenn man sich die Views dort anschaut, also wie oft Artikel abgerufen werden. Hier von einem Thomas Price. Und zwar geht es hier gerade darum, was will eigentlich uns die Medienwelt die gesamte Zeit hier glaubend machen? Geht es nicht weiter auf den Punkt ein, dass es sich um ein gefährliches Virus handelt mit Covid-19? Ganz klar, das wissen wir alle. Trotzdem, jetzt wird hier gerade nicht nur von den Medien, auch teils von den Regierungen eine zweite Welle heraufbeschworen, die es aber gar nicht gibt. Die Frage nämlich, die wir uns stellen müssen, und da haben wir keine Zahlen, die wir großartig in den Kontext direkt jedenfalls setzen können, einfach schlicht durch die erhöhte Anzahl von Tests werden wir natürlich hier herausfinden, dass einfach entsprechend auch mehr Personen infiziert sind. Das ist relativ klar. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Die US-Amerikaner haben zum Beispiel hier ihre Testkapazitäten dramatisch nach oben gefahren. 3,4 Millionen Menschen wurden alleine in der letzten Woche getestet. Das sind in etwa 40 Prozent mehr als noch vor einem Monat. Das heißt, wenn wir natürlich da von den gleichen Fallzahlen hier, die dann herausgefunden werden, ausgehen, dürften sich die logischerweise entsprechend auch verschlimmern. In dem Fall gucken wir das Ganze allerdings und setzen das ein Stück weit ins Verhältnis. Wie sieht es denn eigentlich in der Kurve aus, seitdem die Wirtschaftszeiten dort wiederum eröffnet wurden? Wie sieht es eigentlich aus mit den verstorbenen Zahlen dort, die verstorben sind? Da können wir feststellen, dass etwa die Hälfte dort in Nursing Homes, also in Pflegeeinrichtungen zu beklagen sind. Und die Frage natürlich auch dann weiter sein könnte. Diejenigen der Pfleger, und das habe ich mir bestätigen lassen von Mitarbeitern in Deutschland, die auch dort in Pflegeeinrichtungen unterwegs sind, die gesagt haben, teils kommen das Pflegepersonal. Wir erinnern uns am Anfang der Krise, teilweise sogar aus dem Ausland, nicht unbedingt dem Asiatischen, aber gerade Osteuropa, Polen beispielsweise, dort Pflegemitarbeiter, die sind teils gar nicht ins Land gekommen, weil sie einfach Angst vor einer Infektion haben. Das heißt, wenn es dann vielleicht nicht unbedingt ein staatliches Pfleger, eine staatliche Pflegeeinrichtung ist, in der ich beispielsweise vor vielen Jahren meinen Zivildienst absolviert habe und viele natürlich da im persönlichen Gespräch mit den Pflegegästen dort mitbekommen habe, hat mir persönlich sehr viel gebracht, aber heißt im aktuellen Umfeld natürlich, dass diejenigen, die einfach eine große Angst vor einer Infektion haben, dieses Pflegepersonals, das natürlich vielleicht auch in Einrichtungen, die nicht staatlich sind, einfach dann wirklich schlicht Leute auf der Strecke bleiben, weil sie von der Pflege her vernachlässigt werden. Da gibt es keine richtigen aussagekräftigen Informationen so darüber. Es gibt aber natürlich Informationen entsprechend, die wir weiterhin herausbekommen über die Krankenhausaufenthalte. Da gibt es genau Zahlen und das stimmt natürlich dann auch wiederum hier, dass wir sehen hier, dass beispielsweise so der Artikel in Arkansas wurde, die Zahl, der ins Krankenhaus zuströmt, hat sich stark erhöht. Und zwar bei 100 über den Zeitraum der jüngsten Vergangenheit hier, hat sich um 121 Prozent erhöht. Das klingt erst einmal extrem groß, allerdings sind diese 121 Prozent gesamte 111 Fälle. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, inwiefern hier vielleicht Zahlen aus dem Kontext gerissen werden. Und generell werden wir nämlich auch weiterhin sehen können, dass die Anzahl der Patienten, die versterben, auch in den Vereinigten Staaten, weiterhin abflachend sind. Also kann ganz generell ein Trend gesehen werden, dass es dort mit der Pandemie auch dort weiter in positive Richtungen geht. Wenn man natürlich überlegt hier, dass wir hier im letzten Monat in einem Umfang von 22 Millionen Leuten hier 4.300 Patienten haben, da können Sie sich dann im geringen oder im Promillbereich ausrechnen, wie also gefährlich hier aktuell die dramatisch weiterhin ausufernde Lage dargestellt wird. Anscheinend gibt es dort nämlich keine wirklichen Fälle. Auf der anderen Seite können wir auch mal unter einem persönlichen Umfeld, vielleicht für Sie, ich bin nicht in Deutschland, herumschauen, diese großen Rassismus-Demonstrationen, die in Deutschland waren, wo 50.000 Menschen auf die Straße gingen, teils ja oder größtenteils ohne Mundschutz, ohne Sicherheitsabstand. Gibt es in Deutschland einen Ausbruch weiterer neuer Fälle? Nein. Von daher ganz klar die Frage stellen hier, wer möchte uns eventuell hier verkaufen, dass wir weiterhin hier stark negativ von einer zweiten Welle reden könnten. Und klar mit Sicherheit, wenn es dann wieder in Richtung Influenza-Bewegung geht, ab Mitte Oktober geht es dann wieder los, kann man natürlich dann vielleicht argumentieren, dass es dort wiederum weitere Corona-Fälle gibt. Vielleicht wohl wir auch im Klaren sein müssen, logischerweise, dass diese Corona-Viren, und das macht es ja durchaus interessant, dass es diese Corona-Viren schon immer gegeben hat. Und dass natürlich auch diejenigen, die gegen andere Art von, so scheint es jedenfalls zu sein, Corona-Viren bereits aufgrund von anderer Influenza, anderer Viruserkrankungen bereits immun sind, würde jedenfalls auch die Theorie bestätigen, dass diejenigen, die auch im nahen Familienzusammenfeld teils erkranken, die Krankheit gar nicht, oder das Virus gar nicht weiter verteilen, auf diejenigen, die entsprechend bereits jedenfalls Antikörper dagegen gebildet haben. Das heißt insgesamt hier vielleicht einfach mal ein Stück weit den Ball flacher halten und gucken, wie wir dort entsprechend die Marktbewegungen dort einschätzen. Denn der große, und das ist der Faktor, der mich hier stark beunruhigt, in welche Richtung denken wir eigentlich gerade? Sind wir nicht alle einen Stück weit verrückt? Die alten Römer, das habe ich auch schon erzählt, die alten Römer, die zum Ende des Imperiums, des Römischen Reiches, 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Luxusgüter in oder aus China investiert haben und danach dann es zum Untergang haben bringen können, das römische Imperium. Vielleicht ist es aktuell gerade hier, unser Wohlstand, der uns sagt, wir müssen jeden und alles vor jedem Virus, vor jeder Bedrohung schützen, koste es, was es wolle und investieren gerade 100 Prozent oder mehr als bald, aktuell ja noch nicht, aber die ganze Situation ist ja noch nicht am Ende, darin in der Wirtschaft, die Wirtschaft zu unterstützen, uns alle zu unterstützen und so weiter. Die Punkte, die wir natürlich hier gerade an den Märkten sehen, sind ganz klar ziemlich fatal. Wir haben ganz klar erst einmal Liquidität in den Märkten. Das ist doch erst einmal gut und richtig so, nur führt das Ganze langsam zu weiterer Verschleppung, wenn wir uns alle hier überlegen, wie viel Wege wir reisen. Ich bin gerade noch in Thailand, hier in Bangkok unterwegs, mich mit guten Freunden am Wochenende hier, wie ich es ja in der letzten Woche angesprochen hatte, treffen können. Einer von denen war auch ein Trader, den ich kenne, übers Netz, mit dem ich mich ein paar Mal schon in Singapur getroffen habe. Der arbeitet hier in Thailand, auch mit der thailändischen Regierung hier zusammen, aber auch im Cyber Security, die also in Sicherheitsunternehmungen aktiv, die halt um Online-Sicherheit kämpfen. Und er sagt, er hat unweit, er hat mehrere Wohnungen unweit von Bangkok hier, in einem Städtchen, was sich Pattaya nennt, viel Zustrom hier von der westlichen Bevölkerung im Tourismussektor, aber auch von der thailändischen Bevölkerung. Und die Zahlen, die er aufgrund des Auftrags der Regierung dort erarbeitet hat, wir sagen, dass er in Pattaya, wie gesagt, großer Tourismus-Hotspot, dort hier am Meer, unweit von Bangkok entfernt, dass dort 30 Prozent der kleinen Hotels für immer schließen müssen. Das heißt, selbst dort merkt man es schon, wie gesagt, hier auf der Straße, wenn ich hier aus dem Außenbezirk Arie in Richtung Chitlom, das war gestern, schönes Bierchen getrunken, in einer Craft-Bier-Kneipe, richtig toll, richtig gut, toll und teuer auf der einen Seite, aber die Taxifahrt dorthin dauert normalerweise wahrscheinlich eher zwischen 30 und 45 Minuten. Die konnte ich entsprechend gestern hier in kurzen 15 Minuten abspulen, das heißt, auf den Straßen hier nichts los und mein Hotelzimmer hier im 30. Stock, Blick auf die Straße, feinste Luft, mittlerweile ist es hier fast so wie, fast wie in Hamburg in der Großstadt, wie sich hier die Luft verhält, wie gesagt, es ist nicht mehr so, dass ich hier vor die Straße gehe und das war in der Vergangenheit, wann immer ich hier gewesen bin, immer der Fall, die ersten zwei bis drei Tage hatte ich starke, nicht starke, aber hatte ich Ausschlag im Gesicht, das Ganze hier nicht der Fall, man hat, wie gesagt, hier Taxen gibt es an jeder Straßenecke, Straßenverkehr ganz normal, die Frage nur mit der gesamten Reiserei, in welche Richtung bewegen wir uns und das heißt hier, die gesamte Kette, und da müssen wir uns natürlich überlegen, Wirtschaftsschließung hier, die gesamten Ketten aktuell werden unterbrochen, das, was ja auch sinnvoll ist, dass wir ökologisch uns weiter bewegen, dass wir ökologisch denken, führt dazu, dass wir natürlich zum einen Lieferketten komplett neu überdenken müssen, denn wir haben ja jetzt aktuell eine geschlossene Wirtschaft, wir haben einen Kampf gegen ein Virus, wir haben den Kampf in der Wirtschaft, um wiederum die Wirtschaft weiterhin unterstützen zu können und dann wollen wir unsere Wirtschaft in dem Zusammenpunkt dann auch einmal noch komplett umkehren, dass wir sagen, okay, wir bewegen uns jetzt noch mal umso stärker, jetzt, wo es schon Sinn macht und in Thailand macht es ja auch Sinn, in eine weiter ökologisch funktionierende Wirtschaft, also in diese Go Green Variante hier, der Punkt ist, dass zum Beispiel dann die Frage sein dürfte, wie soll dann eigentlich jetzt in den nächsten Jahren Volkswagen weiterhin Autos verkaufen, ganz fernab jetzt hier die Diskussion, die ja keiner ist, aber meine Worte hier fernab davon, ob man es gut oder schlecht heißt, aber wir können uns überlegen, wenn Volkswagen in den nächsten Jahren keine oder noch wenig Autos verkaufen kann, weil dort finanzielle Unterstützung für Elektromobilität herrscht, dann muss zum einen Volkswagen ganz schnell umdenken und ihre Produktion komplett umstellen, ob die das so können, weiß ich nicht, dass sie es können, glaube ich mit Sicherheit nur, werden mit Sicherheit viele Leute dort ihren Job verlieren und das Ganze führt natürlich in den althergebrachten Industrien erst einmal davon, dass wir da von einer größeren Arbeitslosigkeit ausgehen dürften. Wir sehen das Ganze umgekehrt ebenso, dass Warenhausketten, war jetzt gerade, Karstadt war gerade, Karstadt war jetzt gerade am Wochenende auch wiederum dort in den Schlagzeilen, schließt einige Warenhäuser, da geht es entsprechend weiter und woher die gesamte Situation kommt, ist uns allen eigentlich auch klar, wir tun nur nichts dagegen, da wir alle ja weiterhin hier im Online-Handel gerne unterwegs sind, gehen gerne mal, ich weiß nicht, in Deutschland zum Mediamarkt oder zum Karstadt-Sport, um dann vielleicht den Sportschuhl nochmal 5 oder 10 Euro irgendwo günstiger zu bekommen, dass das keine Nachhaltigkeit besorgen kann und wir uns jetzt dann alle ach ja so aufregen, dass die Supermärkte nicht, aber die Einkaufszentren beziehungsweise die großen Warenhäuser zumachen, ist ja nur ein Schlüssel der gesamten Situation und dass wir uns vielleicht doch selber an die eigene Nase fassen sollten, ist jedenfalls für mich die ganz klare Erkenntnis des Ganzen, das geht bei Zara weiter, Zara schließt Hunderte, wenn nicht gar Tausende, eher Tausende ihrer Läden und will das Ganze in den Online-Sektor ummünzen, diejenigen, die aber vorab bei Zara als Verkäufer gearbeitet haben, werden nicht diejenigen sein, die wir benötigen, die wir benötigen, die entsprechend die Webseiten von Zara bepflegen, beziehungsweise erst einmal das Engineering entsprechend dort hinter der Webseite herstellen, das heißt, es wird dort auf einem, auf gewissem Sektor, wird es dort eine größere, eine Zunahme der Arbeitslosigkeit geben, anders kann ich mir das gesamte Wirtschaftsgefüge jedenfalls nicht erklären, das heißt, wir versuchen gerade eine gesamte Industrie, die gesamte ökologische Betrachtung komplett umzustellen, weil wir anscheinend ja jetzt doch dann langsam ein Stück weit hier feststellen, dass gewisse Sachen, wie gesagt, ja viel, viel und mehr Sinn machen und einen großen Sinn natürlich vielleicht auch erst einmal darin bestehen sollte, dass wir erst einmal alle wiederum zurück zur Normalität hier finden, zurück zum Arbeitsmarkt finden, denn ohne Arbeitsmarkt und das ist meine starke Erkenntnis hier, ich sehe hier und das war das Thema gestern mit dem lieben Michael, mit dem ich wie gesagt zum Thema Wirtschaft zusammengesessen habe, dass er sagte und er investiert mit seinen Unternehmen zum Beispiel positiv gesehen auch in dieser, in einem Industriezweig, in dem es darum geht, dass man in Biolaboren dort Fleisch dort erzeugen kann, also viel, viel besser und anders auch vor allen Dingen den sinnvollen Punkt der Ernährung dort ansprechen kann und er sagt aber auch, irgendwo scheint ja hier einiges auf der Strecke zu bleiben, wie gesagt, die Hotels hier in Thailand, in Thailand-Liste ist der Anteil des Tourismus insgesamt am Bruttoinlandsprodukt, NF-Werbay, liegt bei 20 bis 30 Prozent, also extrem hoch, in Deutschland ist es glaube ich etwa 20 Prozent, wenn wir auf die Automobilindustrie in seiner Gesamtheit und den Zulieferunternehmen betrachten, das heißt, wir sind gerade dabei in etwa, in etwa nicht alle, aber mit Sicherheit die Hälfte des Ganzen zu zerstören, das heißt, wenn wir durchaus 10, 15 Prozent alleine des Bruttoinlandsprodukts dort erstmal auf die Seite legen und direkt in dem Atem zu versuchen, was Neues zu erbringen, zu erwirtschaften, gerade in die Zukunft schauend, könnte das schwer werden und dürfte vielleicht auch hier für uns dazu führen, dass es erst einmal ein weiter, doch eher komplexeres Bild zu sein scheint, jedenfalls mit der Art und Weise, wie wir davon, wie wir damit umgehen. So, Johannes, habe vom Englischen leider nur einen kurzen Teil mitbekommen, da ich verspätet einstieg, deshalb meine Teilnahme nochmal an der Frühstücksbörse. Die Marktsituation ist ausgesprochen volatil, deine Analysen finde ich sehr interessant und hilfreich, auch im weiteren Sinne. Super, Johannes, gerne, freut mich, wie gesagt, ich sehe das Ganze hier von mir nur als Anregung im großen Puzzleteil. Ich habe nicht ansatzweise eine Idee und eine Ahnung, nur manches Mal, und da vermisse ich insgesamt in der gesamten Situation hier die Betrachtung des großen Ganzen. Jetzt haben wir hier 84 Millionen Deutsche, die wir vor einem Virus geschützt haben, größtenteils, und das war mit Sicherheit ja auch nicht unbedingt sehr unerfolgreich, nur die Frage ist, was erreichen wir im Umkehrschluss? Wir können im Umkehrschluss zum Beispiel sagen, dass die Arbeitsmarktsituation sich verschlechtert. Wir können im Umkehrschluss sagen, das wird jeder auch eigentlich nachvollziehen können. Das Geld kommt nicht von ungefähr hier oder von irgendwo, gerade was die Unterstützung anbelangt, die wir zum einen von den Notenbanken, zum anderen natürlich dann von den Milliardenpaketen, und das ist erst der Anfang der Milliardenpakete im Hinblick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate, also so die Schätzungen natürlich. Es kommt irgendwo, selbst wenn nur ein Teil des Gesamten wiederum zurückbezahlt werden muss über Umwege, heißt das, dass die finanzielle Belastung natürlich in Deutschland weiterhin ansteigt. Jetzt gibt es die große, diese große Impfinformationen natürlich, beziehungsweise diese große Impfdebatte, die weiterhin, und da blicke ich gerne zurück, die Schweinegrippe entsprechend ebenso, auch die wurde damals als so hochgefährlich beschworen, auch die haben entsprechend damals vom Robert-Koch-Institut mit so starken, oder vor allem in der Weltgesundheitsorganisationen, Pandemiebewegungen entsprechend gefördert. Die Frage ist, in welche Richtung geht es, das Ganze, und versuchen wir nicht gerade in unserem Wohlstandsgetöse hier insgesamt, und das ist meine feste Meinung, versuchen wir nicht in unserem Wohlstandsgetöse hier aktuell einfach alles und jeden vor irgendetwas zu schützen, was eine Gefährlichkeit besitzt, aber nicht im Ansatz vielleicht mal zu bedenken, was nämlich der darauf folgende Punkt ist, denn jeder Flieger von der Lufthansa aktuell, das kommt ja hier als nächstes Thema weiter, der gerade am Boden steht, kann man jetzt gut oder schlecht heißen, kostet Geld, vernichtet Unmengen an Kapital, das ist bei jedem geschlossenen High Hotel der Fall, das ist in jedem geschlossenen anderen Produkt hier der Fall, ich habe jetzt hier gerade lebe in einem Hotel, kostet normalerweise 140, 160 Euro die Nacht, kriege ich jetzt hier gerade für 30, ich freue mich darüber einen Keks, aber insgesamt ist es natürlich nicht, wie sagt man, sustainable, also lässt sich nicht dauerhaft hier tragen von der Hotelindustrie hier, wie gesagt, ich freue mich gerade, aber die Unternehmerischen, die Unternehmer, die dahinterstehen, entsprechend sind eher natürlich dabei, dass sie sagen, gut, bevor es jetzt hier komplett leer steht, schauen wir, dass wir die Nachfrage ein Stück weit jedenfalls hier unterstützen können und wie gesagt, das große Ganze der gesamten Situation ist es, sind diese Pflegeeinrichtungen vielleicht und die alten Menschen, die verstärkt dort sterben, darauf zurückzuführen, dass beispielsweise dort Pflegekräfte fehlen, wissen wir nicht, ist es beispielsweise auch darauf zurückzuführen, da könnte man jetzt hier weitergehen, bei Wall Street Artikel, bei Wall Street gibt es einen Wall Street Journal, einen guten Artikel um den Impfstoff und generell bin ich ein Impfbefürworter, wenn es um Masern und vor allen Dingen Tetanusimpfungen geht, ganz klare Sache, dass die gemacht werden müssen, aber bei so schnell aus dem Leben gestampften Impfstoffen, die nicht klinisch rein in großen Größenordnungen hergestellt werden können, überwiegen durchaus die Nebeneffekte und das heißt hier, es gibt größere Komplikationen in einem von 100 Fällen, das war jedenfalls bei Schweinegrippeimpfungen der Fall und anderen Impfungen entsprechend der Fall und da muss man jetzt auch nicht unbedingt als Impfgegner immer heraufberufen werden, man sollte sich einfach mal vielleicht ein wenig sachlich an gewisse Themen hier setzen, wäre meine Meinung, das für und wieder abwiegen, wie gesagt, Tetanus, Masern, was immer an Impfungen, die es schon lange Zeit gibt, bin ich immer dafür und habe natürlich selber auch meinen Impfpass entsprechend bin, auch jetzt hier nicht als Impfverschwörungstheoretiker dort verschrien oder halte mich dafür, verschrien zu werden, nur einfach der Punkt abzuwägen, einfach mal zu schauen, was macht das eigentlich für einen Sinn, aber wenn die Nebenwirkungen bei einer Impfung überwiegen, macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, sich dieser Impfung hier entsprechend dort anzunähern und meine Gespräche am Wochenende, Sie wissen, wenn Sie in der letzten Woche bei mir dabei gewesen sind, mit wem ich mich hier getroffen habe, da gab es durchaus Informationen, die genau diese Informationen hier decken. In Deutschland ist es gerade so, dass Krankenhäuser ihre Betten auf den Intensivstationen freigehalten haben, dass sie Krankenhäuser Betten freihalten mussten, sogar, beziehungsweise es getan haben, denn dort gab es ja 500 Euro, wie es mir scheint, für ein freigehaltenes Krankenhausbett. Also, wenn es natürlich schon Geld für umsonst gibt, für keine Dienstleistung und keine Arbeit, kann man sich selber natürlich als Krankenhausbetreiber im wahrsten Sinne natürlich hier privatwirtschaftlich organisiert, wie wir das ja seit einigen Jahren ja so befürwortet gemacht haben. Schön, unsere staatlichen Punkte, die alle eigentlich in öffentliche Hand gehören, zu privatisieren und jetzt bekommen entsprechende Betreiber auch noch gratis dort natürlich Geld zurückgesteckt. Information ist nicht immer richtig in dem Fall, aber auf der anderen Seite ist vor allen Dingen aber auch hier das Thema Gesundheit vielleicht nicht immer in den richtigen Händen. Plus, und das sind die wichtigen Punkte hier, zum Thema Impfungen, dass Impfungen sehr positive Ergebnisse hier zwischen 70 und 90 Prozent in der jüngeren Bevölkerung schafft, ganz einfach, weil das Immunsystem anders getriggert wird und anders angesprochen wird, aber nur zwischen 30 und 50 Prozent bei Erwachsenen über dem Lebensalter von 65. Das heißt, wir sollten vielleicht alle auch mal durchaus hier verstehen, dass das Leben auch endlich ist und in dieser gesamten Diskussion hier, dass wir einfach nicht jeden und jede Person schützen. Jeder kennt jemanden, der auch mal mit 40 umgefallen ist oder der einen Herzinfarkt hatte. Ich habe Freundeskreis durchaus zwei, drei Fälle, die ich kenne, die einfach auch im frühen Alter, im frühen Jahr mit irgendwelchen Symptomen verstorben sind und man sich fragt, war ja viel zu früh. Auch jetzt kennt der eine oder andere mit Sicherheit jemanden, der einfach eine schwere Bewegung hier in dieser gesamten Pandemie des Coronavirus hatte. Ich kenne aktuell leider keinen, aber das heißt ja nicht, dass es diese Fälle nicht gibt. Verglichen allerdings zu der Dengue-Infektion, die Sie vielleicht noch ändern, hier war ich im letzten Jahr ja durchaus anderthalb Monate komplett außer Gefecht gesetzt oder zwei Monate eher, konnte kaum was für Sie tätigen. Das war zwar keine Pandemie, das war aber auf lokaler Ebene in Singapur locker so, dass im Freundes und vor allen Dingen Bekannten oder auch in der Nachbarschaft bei mir es so war, dass ich locker 20 Fälle aufzählen könnte, bei denen es einen schweren Verlauf dieser Dengue-Infektion gegeben hatte. Das heißt, wenn ich mich da in Singapur lokal bewege, kann ich davon ausgehen, dass man da ja auch versuchte, die Fallzahlen im Dengue-Virus dort nach unten zu bringen, gelingt leider nur schwer. Im Übrigen haben wir gerade auch wieder aufgrund der aktuellen Situation wahrscheinlich eher, denn die Dengue-Phase ist definitiv nicht in dem jetzigen Zeitraum der Fall. Wir haben stark ansteigende Fallzahlen wiederum dieser Dengue-Fälle. Das heißt, auch da kämpft man vielleicht gerade auf einer anderen Ebene wieder gegen etwas und mussten natürlich wiederum immer das eine gegen das andere abflegen. Also da gibt es viel Für und Contra. Ich glaube nur meiner Meinung nach, dass das ganze System hier sich gerade vollständig verselbstständigt hat. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand große Pläne schmiedet, aber einfach diese Art und Weise, dieser Riesenantwort, wir machen einen Riesen-Lockdown vollständig überhastet, ohne jedwedes Überlegen, Zusammenzählen, was macht eigentlich wenn, wie Sinn und da sehen wir jetzt gerade, dass wir als bald den höchsten Preis, glaube ich, zu Lebzeiten bezahlen müssen, denn ich glaube, dass wir gesagt, dass wir hier an Qualität, an Lebensqualität und vor allen Dingen auch an Prosperity, wie heißt es, Lebensqualität definitiv und vor allen Dingen auch an Finanzstärke insgesamt global gesehen allesamt nicht einpacken können, aber dass das hier zu großen Kapitalvernichtungen führen wird und wir als bald hier eine eher Verärmung, Verärmung der Situation sehen und entsprechend keine positive Bewegung hier herauskommen. sehen ganz einfach, weil zu viele Lebensadern, da gibt es ja schöne Berichte auch im Bekanntenkreis hier in dem politisch einseitigen Spektrum, die sagen, ja, das macht ja auch gar nichts aus, man muss ja auch gar nicht kaufen, der Konsum, dem wird zurückgedreht, stimmt auch alles, ist alles super, ist vernichtet trotzdem einfach nur Millionen, weltweit gesehen, Millionen von Arbeitsplätzen, das kann man gut oder schlecht halten, die Klamottenindustrie beispielsweise, wir sehen nur definitiv, dass hier einfach richtige, richtige Ketten komplett wegbrechen und dass das dazu führt am Ende, dass viel weniger von uns einen Arbeitsplatz haben werden. Anders kann ich es mir nicht erklären und anders sehe ich jedenfalls keinen Ausweg aus der Situation, jedenfalls nicht so, wie wir ihn aktuell hier betreiben und die Frage natürlich hier in Ihre Richtung, in Ihre Richtung, gerne und da bin ich gerne dabei und würde mich auch eigentlich eher sogar freuen, eine angeregte Diskussion zu führen, denn für mich macht einfach so dieses große Ganze hier keinen Sinn, in Singapur war auf guter Wege anfangs der Pandemie einfach durch Mundschutz, durch Tracing-App, durch Verbote, durch Kontaktverbote dabei, beziehungsweise Einkaufen, Büro, Gänge ins Büro auf ein Minimum zu reduzieren, Homeoffice, die Fallzahlen gingen stark nach unten, warum dann am Ende ein Lockdown auch in Singapur, der kam erst sehr spät, durchgeführt wurde, ich habe da politisch auf der Agenda, kann ich da einiges sehen entsprechend, denn auch dort, genau wie in anderen Ländern, führt natürlich dann immer der Lockdown dazu, dass die Regierung positiv von der Bevölkerung aufgefasst wird, aber wenn man sich einfach mal die Überlegungen hier anbelangt und Singapur ist reich genug, um diese Pandemie auch noch in den nächsten Jahren wahrscheinlich dort durchzustehen, aber diejenigen, die auf der Strecke bleiben, sind die ausländischen Unternehmungen dort, die Ausländer, die natürlich dort, wie ich beispielsweise, Kapital durch die Gegend schieben, aber die Unternehmungen, die lokal betroffen sind, werden finanziell, logischerweise vom Staat, unterstützt, diejenigen, die es halt nicht schaffen, wandern ab und bleiben in dem Fall auf der Strecke. Eventuelle gesundheitliche Langzeitfolgen von Impfungen sind absolut unklar, sagt Tim. Das sind eben genau die Punkte und wiederholt sind das genau die Punkte, die man nicht nur im Netz, die man auch sonst so findet. Die Frage der einen Unterstützung und da macht, wie gesagt, macht manche, manche Impfung, macht definitiv Sinn. Nur die Frage muss natürlich hier lauten, sind diese Impfstoffe in der kurzen Zeit erprobt worden, weiß man bisher nicht und die Punkte, die natürlich da negativ dagegen sprechen, sind beispielsweise genau das, was du sagst, diese Langzeitfolgen kann man noch nicht abschätzen und das macht es entsprechend so prekär. Auf der anderen Seite könnte man, und das ist ja genau meine Kritik entsprechend, hier mediale Kritik, man sagt immer, 100.000 neue Fälle gefunden, wir könnten uns jetzt auf den Weg machen und könnten einfach mal die gesamte Welt durchtesten nach dem Tuberkulosis, das Bakterium nach dem Erreger, da würden wir uns ja nämlich schwindelerregende Zahlen bekommen, dann würden wir nämlich feststellen, dass ein Viertel der weltweiten Bevölkerung, ein Viertel der weltweiten Bevölkerung knapp an Tuberkulosis, also nein, nicht erkrankt eben ist, sondern dass ein Viertel ein Träger dieses Bakterium beinhaltet, weltweit sterben an Tuberkulosis 1,4 Millionen Tote, das sind glaube ich die aktuellen Zahlen, da wurde bis jetzt auch noch kein Lockdown durchgeführt, wäre aber im Vergleich zum Coronavirus durchaus vergleichbar und könnte man vielleicht in dem gesamten Konstruktum hier mal zusammenführen, auch entsprechend testen wird man aber natürlich Tuberkulosis nicht, sofern jemand kein Krankheitsbild aufweist, warum man jetzt beim Coronavirus hier Gott und auch noch die Katze und den Hund durchtestet und entsprechend natürlich da versucht, was durchzudrücken, ist mir relativ schleihhaft, aber es gibt durchaus den einen oder anderen Profiteur des gesamten Situationen und generell kann man durchaus grob sagen, dass Jeff Bezos einfach, dass die Microsofts, Bill Gates beispielsweise und andere natürlich dort und die Apples weiter eher positiver davon gehen, weil sie entsprechend von vornherein eine größere Marktmacht haben und dass die Marktmacht konzentriert wird, denn ganz klar, das werden wir alle hier natürlich auch jetzt gerade nicht so sehen, dass dann Zara und wer auch immer hier verstärkte Leben zumacht, aber dass dann ganz klar Amazon weiterhin wächst, soll denen auch eher nicht vergönnt sein, das Unternehmenskonzept funktioniert ja entsprechend auch, wir müssen uns nur im Klaren hier dort Macht abgeben, dass wir einige Konglomerate weltweit haben, die entsprechend die Marktmeinung, Marktmacht durchdrücken können und das ganz klar natürlich auch der Einfluss der Regierungen weltweit wächst, wie es gerade schon tut, denn die Regierung, wie wir es ja verstehen, entscheidet ja, was wir zu tun und zu lassen haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder selber beurteilen, ich habe da eher so meine Zweifel, wenn ich in die Zukunft schaue. So, jetzt haben wir Wirecard hier, die 2,1 2,1 Milliarden dort irgendwie einfach vermissen, 2,1 Milliarden für ein Unternehmen, auch für ein DAX-Unternehmen ist schon relativ viel Geld, die Banken in den Philippinen vergleichen, in Deutschland, ich kenne die selber auch die Banken, also es sind durchaus große Institute, die Bank of the Philippine Islands und die Bank de Europe, das ist jetzt vergleichbar im dortigen Land durchaus mit Deutscher Bank und Commerzbank auf kleinerem Niveau, aber das sind jetzt keine Klitschen, die in der hinteren Ecke nochmal kurz irgendwo ein kleines Bankgebäude haben, also vielleicht mal nicht eine kleine Volksbank irgendwo mit, gleichwohl Volksbank natürlich auch eine Marktmacht irgendwo in Deutschland haben, aber das sind große Kreditinstitute, die sagen, dass dort Wirecard kein Kunde von denen ist und ja, weiterhin man also schaut, was in den Märkten passiert. Ich bleibe dabei, ich erwarte weiterhin negative Nachrichten, ich erwarte weiterhin, dass diese Pandemie-Nachrichten weiterhin mit dem neuen Finden von tausenden neuen Fällen eher eine gewisse negative Einstellung in der Bevölkerung stört, das ist ja genau das Problem, hat jemand, ich habe gerade von Tuberkulose gesprochen, Angst davor, ein Viertel der Menschheit ist mit diesem Bakterium infiziert und könnte also auch Übertrager sein, wir wissen, uns wird immer gesagt, exponentielles Wachstum, ach so gefährlich, Vorsicht, Obacht, jeder kennt schon jemanden, der vielleicht davon gehört hat, dass der ein oder andere beatmet wurde, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt hier ignoriere ich die Gefahr dieses Virus, auch ich habe mich öffentliche Quarantäne begeben und auch eher Kontakte eingestellt, wie Sie alle wissen, also Vorbeugung hilft, aber entsprechend wie gesagt, das sollte für sich jeder selber entscheiden, die Folgeerscheinungen sind die gefährlicheren, das haben wir jetzt bei Wirecard natürlich nicht gesehen, aber wir sehen es jetzt gerade nämlich bei der Lufthansa, die Staatsunterstützung hier könnte noch auf wackeligen Beinen stehen, der Aktienpreis fällt, wir sind unter den Zehen abgerutscht, das heißt, wir sehen in der Lufthansa-Bewegung hier vielleicht etwas Problematisches, trotzdem, und da mal wieder mein lieber alter Freund, natürlich nicht Kars, den Spor hat jetzt hier vielleicht doch ein bisschen Probleme, gleichwohl er natürlich weiter in die sein Gehalt bekommt, also seine Tantienen sind natürlich entsprechend auch genauso wie vor, ich wüsste jetzt nicht, dass da großartige Einbußen entsprechend dort bestehen, jedenfalls nicht im Sinne, wenn man mal vergleicht, auf der Entscheider-Ebene dann das Ganze runterbricht, zu dem Piloten, der jetzt hier in für Low ist, auf Englisch, wie heißt es auf Deutsche, dass er zu Hause bleiben muss und nicht arbeiten darf und auch für staatliche Unterstützung hier bekommt, das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein, aber Heinz-Hermann-Thiele könnte dort interessant werden, es gibt dort aktuell scheinbar keine 50 Prozent der Markte, der Marktteilnehmer respektive der Anteilseigner dort, der Aktien- Anteilseigner, die sich dort für diesen Online, für das Online-Treffen entsprechend für die Online-Aktionärsversammlung zusammengesetzt haben, das heißt, man bräuchte dann jetzt zwei Drittel Mehrheit und einen Großteil dieser Mehrheit hat eben entsprechend Heinz-Hermann-Thiele. Das heißt, das wird interessant, inwiefern es dort weitere Aussagen dazu gibt, der von mir vorhin zitierte Geschäftspartner und Freund von mir hat Mitarbeiter, die er kennt, im mittleren Management von Flughäfen beziehungsweise auch von Airlines im Middle Eastern, im mittleren Osten entsprechend und die gehen die erste, aber das waren seine Zahlen, die er gesagt hat, die gehen davon aus, dass sich eine Normalität, ja, aber auch vor allem eine steigende Zunahme von Flugpersonen entsprechend im mittleren Osten erst im Jahr 2022 wieder einstellt. Wenn wir natürlich überlegen, wer hat Angst vor dem Coronavirus, alle, wer hat Angst vor Tuberkulose, keiner, weil das einfach nicht weiße, das kann man jetzt natürlich nicht ins Verhältnis setzen, aber trotzdem wissen wir, dass die Märkte aktuell gerade und die gesamten Bewegungen hier angstdurchtrieben sind. Die vielfach zitierten TomTom-Zahlen, also wie oft wird eigentlich ein Ziel ins Navigationssystem eingegeben, ins Navigationsgerät, gibt es auch für Apple und für Google Play, besagen, in China sind entsprechend Bewegungen am Wochenende immer noch extrem gering, das heißt, die Leute in China unterhalb der Woche gehen scheinbar ihrer Aufgaben nach, fahren ins Büro, insofern sie es können und machen ihren, verrichten ihren Job, aber am Wochenende wird sich daraus resultieren, entsprechend immer noch stark zurückgehalten, das heißt, auch in China bekommt ja relativ wenig mit, kann man aber anhand von einzelnen Zahlen durchaus sehen, dass einfach diese so stark propagierte Verängstigung in der Bevölkerung, die mineral propagierte Verängstigung jedenfalls hier wiederum definitiv eine Rolle gibt und das insgesamt das große Bild hier für mich dann als Puzzleteil zusammensetzt, dass der Konsum einfach nicht mit diesen so starken Nachholeffekten hier nachgeholt wird, die Nachholeffekte, die wie gesagt ja hier ansprechen, dass man sagt, okay, die letzten drei Monate konnten wir nicht raus, jetzt wollen wir alle raus, ich bin am Freitag von Phuket ja mit dem super Social Distancing im Flughafen, gleichwohl wir es dort super gemacht haben, gab ja auch nur drei Flieger, die da am Tag den Airport verlassen haben, normalerweise sind es immer so zwischen 15 und 30 Flieger, wenn ich mich entsinne, die täglich die anderthalb Stunden Strecke zwischen Phuket und Bangkok abfliegen, aktuell sind es noch drei Flieger und selbst mein Flieger war nicht gefüllt, das heißt, daran kann man sehen, wie lukrativ diese Strecke zu sein scheint, nämlich gar nicht, wenn von den vorangegangenen mindestens 20 Fliegern täglich, die ja auch eine gewisse Füllung her darstellen, aktuell sehen wir wie gesagt drei und mein Flieger war der eher der meistbevölkertste, wie ich am Flughafen habe erfahren können, dann können wir daran schon ablesen, wie aktuell die Reisesituation jedenfalls hier in Thailand sich bestätigt, nämlich einfach, dass keiner vor die Tür geht und dass keiner entsprechend hier etwas tut, und sonst wäre es auch vor allem hier, und das wäre gerade das Schöne in Bangkok nicht so, dass man hier keine Verkehrsstaus hat, sondern einfach sich hier so wirklich wie in Singapur, wie vielleicht in Hamburg auch nicht, aber in Singapur setze ich mir ins Taxi, dann bin ich zehn Minuten später da, wo ich hin möchte, weil einfach keine Staus entstehen, gleiches aktuell hier, perfekte Situation, macht Spaß, plus alles ist hier gerade sehr billig, also kann nur alle daran anzuregen, schützen Sie Ihre Wirtschaft, gehen Sie reisen, kaufen Sie in Ihrer Kneipe einfach mal wieder ein Bier und lassen Sie es nach Hause liefern, also entsprechend auch, sehe ich nämlich genauso, dass wir auch in dem, durchaus in einer Verpflichtung sind, uns hier gegeneinander zu unterstützen, nicht nur im Kampf gegen das Virus, sondern vor allen Dingen auch im Kampf eines wirtschaftlichen Kollapses, den ich nämlich hier weiterhin natürlich eher stark sehe. Gucken wir uns JP Morgan an, JP Morgan hat gesagt hier, Investoren sollten sehr selektiv sein in der zweiten Jahreshälfte hier, Was gibt es hier? Aha, die Liquidität als solches auf dem Papier kann nicht einfach nur wirtschaftliche Schwächen dort herausfinden. Also, wenn die JP Morgan Kollegen jetzt entsprechend auch sagen, dass wir dort ein bisschen aufpassen müssen, denn die Bewegung in Richtung des Portfolio-Managements, wo sehen die das aus der gesamten Möglichkeit und einfach nur hier Liquidität in die Märkte zu pumpen, wie es gerade die Notenbanken machen, sollte nichts darüber hinwegtäuschen, dass wir aktuell hier große Insolvenzprobleme sehen. Also Wirecard als einziges wäre vielleicht mal ein Sonderfall hier, aber wenn wir uns weiterhin in Richtung Lufthansa bewegen oder wenn wir uns einfach mal eine Hyatt-Hotelgruppe oder eine Starwood-Gruppe angehen, annehmen, wie gesagt, ich habe in der letzten Woche angesprochen mit American Express, mit denen ich weiterhin und in den letzten zehn Jahren immer schon sehr zufrieden bin, die gesagt haben, dass sie mir dort als Platinum-Karte mit Member dort einen sehr aus, einen höheren Geldbetrag zurückerstatten beim täglichen Einkauf im Vergleich zu der Kartengebühr, die ich dort habe. Das heißt, man sieht schon, wie Unternehmen differenziert dort an die Lage gehen und dass es definitiv natürlich insgesamt allesamte dort teuer zu stehen kommt. Gucken wir uns auch mal die Aktienmärkte an und da sehen wir gerade weiterhin, dass der DAX jetzt hier mal ein bisschen Richtung Märkte zurück, dass der DAX sich auf der Long-Seite wieder ein wenig bewegen kann. Trotzdem bleibe ich dabei, dass dieser Knick in der Kurve und in der letzten Woche haben wir uns ja seitwärts bewegt, bin ich eher weiterhin hier auf der unteren Seite unterwegs und bin eher der Meinung, dass der Markt sich wiederum hier leicht schwächer bewegen könnte. Die Warnungen auf der Long-Seite, dass die Märkte warm laufen, sind kurzfristig definitiv dabei. Diejenigen, die hier Markus Koch in der letzten Woche auch verfolgt haben, haben auch seine Positionierung beziehungsweise seine Aussagen dort aus der Wall-Speed-Seite mitbekommen. Ich halte von ihm ja weiterhin sehr viel und finde auch seine Berichte immer sehr passend und sehr anschaulich und das könnte vielleicht auch weiterhin dafür sprechen. Wenn wir uns umschauen ebenso an Positionierung, da können wir die alte Nifty-Fifty-Blase aus den 60ern vielleicht auch mal als Vergleich hervorziehen. Da waren ja Aktien entsprechend ebenso wenige alternativlos, wie es aktuell der Fall ist. Damals ging es um Unternehmen wie zum Beispiel Xerox, die in der Hochphase dann Evaluierungen hatten an Börsenwert von einem Profit-to-Earning, also wie ist das KGV, müsste es dann sein, von 80 bis 90. Aktuell sind wir, aktuell sind wir hier bei Apple oder bei Google, bei Amazon im 30, 40, 50er-Bereich vielleicht unterwegs. Das heißt, wir hätten durchaus noch bis zur weiteren Blasenbildung einiges an Luft auf der oberen Seite. Die Frage ist nun, ob auch die weiter die Nachrichten dazu aktuell in der Lage sind, natürlich hier weiter Konsum anzutreiben, sind die Nachrichten weiter in der Lage, dass Google und Facebook beispielsweise, die ebenso dazugehören, weiter Profit aus der Situation ziehen können, weil entsprechend mehr in deren Werbeeinnahmen investiert wird. Und ich meine halt eher, dass sich das Ganze eher in ein Gegenteil dort umdrehen wird. Unternehmen versuchen gerade eher Mitarbeiter loszuwerden und vielleicht sich hier auf Kernkompetenzen zurückzuführen und nicht die Ausgabenseite zu steigern. Im Gegenteil, sie sind gerade dabei, eher den Grundkapitalspock und die Grundrentabilität eines Unternehmens einigermaßen in funktionierende Ebenen zu drücken. Das heißt, ich sehe weiterhin hier keine großartig positiven Bewegungen an den Märkten und sehe weiterhin hier nicht, warum es jetzt hier alles so stark sich positiv bewegt, solange die Bevölkerung so verunsichert ist, wie sie es gerade ist. Und das sehe ich, wenn ich hier einfach nur und wenn sie vielleicht auch vor die Tür gehen. Ja, gibt es hier natürlich schon Kneipen, Restaurants, war gestern lecker, Isakaya, japanische Sushi, Sashimi gegrillt und dazu eine Auswahl an Kaltgetränken essen. Richtig lecker geschmeckter Laden, auch durchaus gut gefüllt, aber entsprechend sehen wir insgesamt viel weniger Leute auf der Straße, heißt die Nachfrage bleibt weiterhin gering. Das heißt, die Aktienmärkte könnten langfristig gesehen weiterhin zulegen, wir sehen aber keine weiteren Rückkaufaktionen. Das ist auch noch ein weiterer Punkt, der an den Aktienmärkten ein positiver Punkt sein könnte oder auch entsprechend negativer Punkte. Die stark liquiden Unternehmen wie entsprechend die großen Pfandunternehmen aus den Vereinigten Staaten, die auch in den letzten Jahren natürlich Gehälter damit refinanziert haben, dass sie die Eigenkapitalrendite je Aktien natürlich weiterhin oder die Aktienrendite weiter nach oben gedrückt haben, indem diese Unternehmen stark Aktien zurückgekauft haben. Rückkäufe von Aktien sind teurer, bringen den Aktienkurs natürlich dann nach vorne, heißt aber auch, dass die Rendite je Aktienrechte natürlich dann entsprechend steigt, gleichwohl die insgesamt die Nachfrage der Unternehmen und die Umsatzsteigerung eher geringer, geringerwärtiger steigt. Das heißt, wir sollten jetzt dann sehen, wie sich die Bewegung in den nächsten Monaten hier weiterhin darstellen lassen. Ich bin da eher ein wenig negativ gestimmt, weil wie gesagt, die Märkte gerade schon hier natürlich so komplett durchs Dach gelaufen sind, heißt das für mich, erwarte ich eher mehr Weg auf der unteren Seite. Wie gesagt, bleibt dabei hier, an welchem Punkt sind wir gerade, am quasi Allzeitpunkt der Geschichte hier des Nasdaq, heißt die Bewegung nach unten, das Tail Risk im Risikofaktor Coronavirus hier für mich überwiegt jedenfalls. Ich wäre also jetzt nicht unbedingt gerne dabei, die Aktien auf der Long-Seite mir hier ins Portfolio zu legen. Das sind diese Bewegungen hier. Wir sehen weiterhin kaum Positives, wenn wir uns den Nasdaq anschauen. Der hat sich natürlich wiederum hier zurückkämpfen können, aber die Einzelwerte, die dort erst einmal weiterhin herumgerücken, sehen keine positiven, keine weiterhin positiven, stark positiven Bewegungen. Amazon leicht besser. Apple, wie gesagt, Apple dürfte ein wenig weiterhin hier negativ aufgrund vielleicht auch der Geschäfte weiterhin sein. Facebook sieht auch nicht mehr aktuell weiterhin positiv aus. Wenn wir uns Tesla angucken, auch da gibt es noch etwas, aber wenn natürlich hier die Tesla-Unternehmung entsprechend, wenn ich mich nicht täusche, den gesamten Börsenwert anderer Automobilzulieferer oder Automobilunternehmen in einer Aktie vereint hier, dann dürfte doch etwas faul sein, denn wir können uns auch im Klaren sein, dass es hier jetzt nicht unbedingt ein großes Hexenwerk ist, hier etwas übertrieben, aber ein Stück weit Blech zusammenzuschrauben, Batterie und Elektromotor reinzusetzen, ein großer Fan meines Elektrorollers, für diejenigen, die es nicht wissen, haben Elektroroller in Singapur, geniales Gefährt, bringt mich von A nach B, ist energieeffizient, kostet mich nichts eigentlich und bietet extrem bestöne, positive Flexibilität natürlich mit, ich weiß, Paradfahren wäre besser, aber ist nun eben so, heißt die Konkurrenz hier von einem neuen Tesla, könnten wir vielleicht sogar weiterhin hier auch relativ zeitig erwarten, da blicke ich gerne nach China, die es ja gerne mit der gesamten Staatsmacht auch schaffen, und den blicke ich gerne nach Indien und blicke, also Indien in Form von Tata und Südkorea, vor allen Dingen natürlich ebenso, die entsprechend dort schnell aufholen könnten, und genauso, das dürfte auch jetzt hier nämlich großes Problem sein bei Wirecard, das Geschäftsmodell, das Vertrauensverhältnis ist gerade komplett untergraben, denn die dürften hier als bald richtig böse aussehen, insgesamt in der Situation und dürften schlecht, schlecht dastehen, die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz im Kreditkartengeschäft ist extrem groß, das könnte hier doch schnell nochmal negative Punkte mit sich bringen. Was haben wir noch? Heute lange Session, hoffen Sie haben noch ein bisschen Luft und Lust hier zuzuhören, die Währungsmärkte, und zwar aus dem Pfund sind wir am Freitag, ich glaube mal, zum besten Zeitpunkt hier rausgeschlüpft, denn wir sind bei einer 23,55 dort nach unten entsprechend rausgegangen, das war, glaube ich, ein ziemlich guter Punkt, als bald könnten wir wieder neue Einstiegskurse hier finden, unter der Unterstützungszone hier unter der Handelskerze der letzten Woche, würde ich sagen, dürfte sich hier erneuter Einstiegspunkt, erneutes Einstiegsmomentum durchaus positiv darstellen, das heißt, ich würde dort auf der Short-Seite vielleicht versuchen, wiederum erneut hereinzugehen in den Markt und eine neue Unterbrechung hier, beziehungsweise eine, wenn wir den Markt hier nach unten verlassen, also 1,23,40 nach unten verlassen, das Pfund erneut verkaufen, ich weise weiterhin hier natürlich auf den Handelskonflikt hin zwischen den Europäern und quasi die Apples Johnson, der immer noch irgendwie mit dem Kopf durch die Wand will, wird er irgendwann noch schaffen, schauen wir mal, wie es geht, aber bis dato sehe ich das Pfund weiterhin schwach, gleiches ebenso im Euro-Dollar, auch da hatten wir eine ganz gute Idee dort, da waren aber glaube ich viele von Ihnen ja wahrscheinlich gar nicht mehr drin im Markt, dort wäre ja der Stopp-Loss vorab schon gerissen gewesen, ich bin dort noch drin geblieben bis Freitag und hatte mich dann aus dieser Position verabschiedet, hatten Sie auch kurz als VIP-Kunden kurz davon in Kenntnis gesetzt über unseren Telegram-Chat entsprechende 1,1184, auch das war glaube ich eine gute Entscheidung, auch hier dreht der Markt gerade etwas aufwärts, aber auch hier bin ich weiterhin der Meinung, dass erst einmal hier und alsbald könnten wir in Richtung Solvenzproblematik der großen europäischen Banken weiterkommen, ich habe das stumpfe Gefühl, dass die europäische Seite, beziehungsweise auch vor allen Dingen Merkel und Co., in Richtung Macron tendiert und einer europäischen Lösung der gesamten Situation, einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, auch hier, dass wir vielleicht um einen staatlichen Einfluss der Deutschen Bank und Commerzbank nebst anderen Kreditinstituten als bald vielleicht nicht mehr umherkommen und dann könnte das insgesamt in Europa ein Problem werden, wenn dann nämlich die Italiener, die Spanier hinkommen und auch die französischen Banken hinkommen und sagen, so Leute, ihr unterstützt eure eigenen Banken, aber in Europa wollt ihr nicht haften. Ich weiß noch nicht, wie man jetzt Europa hier oder vor allem natürlich in Deutschland dort, wenn man dem Karstadt-Mitarbeiter jetzt erklären möchte, Karstadt macht dicht, aber ihr müsst jetzt hier die Italiener aus der Situation retten. Ich glaube nicht, dass es dort positiven Zuspruch in der Bevölkerung gibt, aber wie gesagt, das Problem ist jetzt in dem Fall leider oder zum Glück nicht meines. Ich halte es nur in dem Fall in Europa, von dem ich als großen Wirtschaftsblock eigentlich viel halte. Asien, China, Europa, Deutschland, Frankreich, nebst den anderen Wirtschaftsräumen. Großbritannien hat es ja selber nun verbockt, wie sie es so wollen, aber entsprechend natürlich den US-Amerikanern entsprechend auch ebenso da zu schauen und eine Gegenseite entsprechend zu bilden, eine Gegenseite zu bilden, die entsprechend natürlich Positives mitbringen könnte. Brauchen wir Europa, brauchen wir auch ein kräftiges Europa, aber auch ein selbstbestimmtes Europa mit den richtigen Leuten an der Führungsspitze, die entsprechend auch, die wie der Phil Hogan beispielsweise gerade in der aktuellen Situation ein Stück weit mal ein Gegenbild darstellt und sagt, dass man sich aus dem Ausland gerade in Großbritannien jetzt aktuell nichts viel bieten lassen will. So, das haben wir also hier. Wir sehen hier den Euro ein wenig zulegen. Ich sehe weiterhin fundamental eher Schwäche und würde eher in Richtung einer 1,10-Phase hier zurück tendieren. Das heißt, vielleicht blinden Order unter der Unterstützung hier liegen. Wie gesagt, Obacht, wir sind heute am Montagshandel unterwegs. Hier auch Anfang der Handelswoche positiv. Danach dreht alles nach unten. Letzte Woche das gleiche Spiel. Anfang der Woche positiv. Sehen wir im Stundenchart hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also Montag, Dienstag hoch und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag negativ runter. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen im Euro-Dollar und das klingt für mich eher dafür, dass wir, wenn wir jetzt hochlaufen, dann eher dafür sprechen könnten, hier im Hinblick auf das Handelsende dieser Woche weiter fallende Kurses zu sehen. Also, traditionell gesehen hier auf Wochenebene Euro-Dollar schwach und schwach gucken wir uns jetzt noch den dritten großen Markt hier an und zwar den Yen gegenüber dem US-Dollar. Der zittert ein wenig und der ist immer noch weder Fisch noch Fleisch. Warum? Weil die Aktienmärkte eher weiterhin zulegen. Also daher der Japaner natürlich hier weiterhin ein wenig herumgurkt und sich keine eigene Meinung bilden kann. Wir sehen, also Dollar, wie gesagt, ja gerade ein wenig schwächelnd. Trotzdem legt Dollar-Yen gerade ein wenig zu und zwar Euro-Dollar schwächelnd beziehungsweise Euro-Dollar stabil. So rum wir sehen, Euro-Dollar läuft hoch, Dollar also schwach, Dollar schwach gegenüber das Pfund aktuell ebenso, Dollar schwach gegen Aussie und ebenso natürlich hier gegen Kiwi, heißt aber gegenüber dem Yen kann sich der Dollar noch einigermaßen behaupten, ganz einfach, weil der Yen selber gerade auch ein Stück weit aufgrund von Risiko-Affinität in den Märkten verliert, heißt, Funde-Yen kann ein wenig zulegen, weil der Fundepreis sich verteuert, Euro-Yen kann zulegen, weil der Euro sich verteuert, das heißt, Yen aktuell ohne Eigenleben, das könnte aber zurückkommen, denn nämlich, wenn die Aktienmärkte einen Knick nach unten machen würden, dann dürfte der Yen wiederum hier Anstärke weiterhin hier anzeigen, das hatten wir gesehen, als wir uns hier erinnern, zurückerinnern, zwei Wochen, als die Aktienmärkte stark korrigiert hatten, war der Yen vorab hier mit positiver Stärke quasi sich zurückgemeldet, aktuell sehen wir nämlich das gleiche wie weiteren, wir sehen hier wie negative Bewegungen auf der Wochenebene im Dollar-Yen, wir sehen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hier eine Gegenbewegung auch im Dollar-Yen auf der leicht oberen Seite, das heißt, auch hier würde ich weiterhin eine gewisse Schwäche in den Märkten hier, in den Märkten hier weiterhin sehen, eine Schwäche weiterhin auf der Short-Seite sehen, also den Yen weiterhin erstarkend darstellen wollen, aber das bleibt natürlich weiterhin hier abzuwarten. Was haben wir als solches? Wir haben als solches weiterhin, vor allen Dingen auch nochmal hier den Ölpreis, der kann sich einigermaßen behaupten, das heißt hier sehen wir den Ölpreis durchaus strategisch in die 40er Bewegungsebene hochlaufen, auch das sieht eigentlich gut aus, wir hatten eine Doji-Kerze am Freitag, die kann man jetzt negativ interpretieren, ich würde aber eher davon ausgehen, dass der Markt wirklich nochmal weiter hochläuft, einsteigen würde ich aber nicht, da würde ich erstmal auf eine durchaus größere Korrektur hier noch warten wollen, aber wir können auch sehen, dass der Ölmarkt aktuell dann den Norweger wiederum ein wenig geflügelt, das heißt der Euro, obwohl er sich stärker gerade gegen andere Währungen präsentiert, er verliert gerade ein wenig gegenüber der norwegischen Krone, das könnte hier über den Tag weiterhin zu Short-Potenzial hier führen und wir sehen Risiko-Affinität in den Märkten auch am Euro gegenüber dem Schweizer Franken, auch Euro Schweiz, Euro Swissi können hier zulegen, der Schweizer Franken, wie gesagt, ja genau wie der Japaner entsprechende, hier auf der Short-Seite handelt, gleiches Handelsbild wie Euro Yen, also auch hier erwarten die Märkte gerade scheinbar eher Risiko-Affinität, die kommt in den Märkten heute ein wenig zurück, heißt auch hier Euro Schweiz Short 106,28 vielleicht auf der Short-Seite, wenn es gebrochen wird, könnte hier weiteres Abwärtspotenzial mitbringen. Ja, schauen wir dann zu guter Letzt, um es zusammenzufassen, vielleicht von mir noch einmal hier, der Kampf gegen das Virus geht weiter und ist weiter mit jedem Tag, der er weitergeht, hier extrem teuer, vernichtet nicht nur Kapital, Vermögen, sondern vernichtet auch Wohlstand in großem Umfang. Das ist meine bittere Erkenntnis, nebst natürlich, dass hier aus der Zahlenwelt weiterhin, wie gesagt, Herzinfarkte in Frankreich seit Corona haben sich verdoppelt, Todesfälle, wohlgemerkt haben sich verdoppelt, alarmierende Informationen in Afrika dürften, weil sie nicht in die Schule gelassen werden, circa eine halbe Million Kinder, dem Hungertod leider erleiden können. Also wir haben hier richtig große Löschmaßnahmen, die viel Schlimmeres vielleicht mitbringen könnten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie eine gegenteilige Meinung haben dazu und mit Ihnen dann diskutieren können. Ich meine das wirklich ernst, weil ich einfach finde, dass wir uns viel stärker auseinandersetzen müssen, nicht mehr nur alles verdammen müssen und hier verunglimpfen müssen, im Übrigen die alle, die positiv gegen den lieben Herrn Wieler sind. Der Gute ist Tierarzt und hier an der Entscheidungsebene, quasi auf der Entscheidungsebene, was bundesweit die Bundesregierung anbelangt. Ob das die richtige Person ist, weiß ich nicht. Sebastian Drosten hat seinen PCR-Test validieren lassen in Thailand, also hier quasi ums Eck in Thailand und in zwei weiteren Ländern in Asien, ich glaube noch in Südkorea, noch irgendwo, das heißt auch dort, was man generell nicht unbedingt machte, die Validierung des PCR-Tests im Ausland, im Umfang hier, könnte man auch nochmal hinterfragen, wenn man es überlegt und wenn man dann überlegt, wie die Japaner entsprechend positiv in der Krise hier größtenteils ohne Lockdown agiert haben, wie besonnen die Taiwanesen agiert haben, hier erstmal landdicht gemacht und selber abgewahrt und gemessen, geringe Todesfälle im Übrigen auch hier in Thailand, zu keiner erkanntster Weise gab es hier eine Überfüllung der Krankenhäuser, das weiß ich aus erster Hand, weil ich mehrere Mediziner kenne, die hier tätig sind und entsprechend auch gesagt haben, dass es hier nie große Fallzahlen gegeben hat und man hier wirklich sagt, okay, wenn jemand den Coronavirus dort erleidet, dann führt man das genau dem Coronavirus zu, wenn jemand aber starke Vorerkrankungen hat, sagt man, was hat denn jetzt überwogen, also 80, 80 Jahre alt, dann führt sich Fieber eingeliefert ins Krankenhaus und dort am Krankenhauskeim infiziert, übrigens auch stark hohe Todesursache global gesehen hat das hier, hat das hier in Thailand, wird das hier in Thailand ein wenig anders gemessen, das heißt, man wiegt hier ein wenig mehr ab, das gibt es dann noch die Schweden entsprechend ebenso, kann man natürlich auch nochmal argumentieren, wenn man jetzt dann Schweden und Belgien gleichsetzt, wenn man es dann will, dass dort entsprechend man in Belgien mit dem starken Lockdown eher natürlich dort, der dem Coronavirus dort erliegen ist, als die in Schweden, im Übrigen, im Übrigen alle Länder, die dort dem Coronavirus ein wenig anders entgegentreten, wie die Thailänder, die Südkoreaner, die Taiwanesen, die Japaner und in Hongkong, das der Fall ist und auch in Schweden, da sind Mediziner am Werk, die insgesamt, wie ich das jedenfalls so rausgehört habe, alle vom Fach sind und da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man dann weiterhin einen Professor, Professor Susharik Bhakti, der im Übrigen mehr als 300 Publikationen dort in seiner Laufbahn als Chefarzt, dann, ob man den dann wirklich so kleinreden muss oder ob man sich vielleicht dann doch mal zusammensetzen sollte an einen Tisch und einfach mal diskutieren sollte, denn der Mann ist Mikrobiologe und Epidemiologe und wird in den Medien aktuell so zerrissen. Also, Meinung bleibt bei Ihnen, meine Meinung, wissen Sie seit Wochen und ich bin der Meinung, dass wir hier mit viel, viel schlimmeren Nebeneffekten hier in den nächsten Monaten noch zu rechnen haben. Von daher ziehen Sie sich alle warm an, bereiten Sie sich vor und kaufen Sie keine Aktien mehr von Wirecard. Ich glaube, das Investment nicht unbedingt das Beste. Ich werde Sie in Kenntnis setzen, wenn es hier weitere Trading-Ideen, wie gesagt, gibt. Auf Wochenebene haben wir hier einiges starken US-Dollar. Im Yen sind wir vorsichtig, in den Aktien bleibe ich weiterhin massivst vorsichtig ausgerichtet hier. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Die kam auch von Markus Koch. Dankenswerterweise hat er das geteilt. Wird für mich höllend spät hier, aber darauf freue ich mich einen Keks, denn hier gibt es und zwar einen finanziellen Cycle Summit. Also, hier gibt es einfach mal ein Denken in Zyklen. Das hat der Markus im Freitag, glaube ich, in seinem Wall Street-Berichte geteilter Information. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen hier entsprechend unentgeltlich, vor allen Dingen immer wieder gute Informationen, die man im Netz ja auch gerne mal gratis dort erhalten kann. Tim, ich benutze einmal kurz deine Worte hier, um das zu teilen. Für, nee, warte mal kurz. Doch, ja, genau. So, schicke also kurz hier im Chat Ihnen allen den Link dort zu diesem Summit der Zyklen. Und zwar gibt es hier richtige Highlights und zwar gratis, wie gesagt, zum wiederholten Malen. Sherman McKellen, und zwar geht es hier um die Überlagerung von mehreren Zyklen. Also, wie ist das Vertrauen in die Banken? Ist das Vertrauen in einem positiven Punkt, in einem negativen Punkt? Das Ganze per künstliche Intelligenz und mathematischer Prozesse zusammengerechnet. Der Sherman McKellen wird entsprechend darüber sprechen und ansprechen, wie und an welchem Punkt der Pandemie oder der Epidemie, wie gerade uns hier befinden. Also, wichtige Einsichten, wie kann es mit dem Coronavirus statistisch, mathematisch berechnet, gerade sich weiterhin entwickeln? Dann haben wir hier Larry Williams. Wenn Sie den Metatrader öffnen und den Williams-Indikator öffnen, dann ist das genau nicht der Typ hier, der diesen Indikator ins Leben gerufen hat. Der dürfte mit Sicherheit auch spannende Informationen mitbringen. Und so geht es weiter. Also, die Überlagerung von verschiedenen Zyklen, Wirtschaft, Rezession, steigende Hause an den Aktienmärkten, pandemische Ausbreitung entsprechend. Das Ganze im gesamten Kontext hier über die Handelswoche hier und zwar vom Montag heute bis zum Freitag, immer 16, 17 Uhr. Das müsste die US-Zeit natürlich dann sein, Central Eastern Time sein. Also, spannende, spannende Punkte. Hier Jeffrey Hirsch, also, da sind Vertreter hier Jeffrey Hirsch Holdings. Also, richtig, richtig gute, richtig gute, richtig gute, smarte Köpfe, die ihr Wissen von sich geben. Ich glaube, dass wir das Ganze nicht leider auch nicht aufzeichnen können. Wir, beziehungsweise man nicht aufzeichnen kann, wir sowieso nicht hier. Das heißt, ich muss ein wenig länger wach bleiben. Aber das interessiert mich wahnsinnig, weil ich glaube, anhand einfach aufgrund von mathematischer Berechnungsmodelle eine gewisse Zukunft hier herauszurechnen. Das dürfte spannend sein. Zumindest einfach mal die Information hier zu sacken zu lassen und zu überlegen, ob das einen gewissen Sinn machen könnte. Diejenigen von diesem Institut hier, von diesem Cycles Events Institut, die das Ganze hier ins Leben gerufen haben, finde ich super. Und das, wie gesagt, wäre noch mal eine Information am Rande, die ich Ihnen auch definitiv ans Herz lege. So, erst einmal das Nächste von mir, die Hot Assets, die ich gerade noch übersetzen werde und dann natürlich hier weiterhin die Informationen ganz klar in unserem Telegram, sollte es weiteres Neues für Sie geben. Erfolgreiche Handelswoche wie gewohnt und dann schauen wir noch mal hier, in welche Richtung sich die Märkte in den nächsten Tagen bewegen. Bis dahin, viel Erfolg. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020